Die Schule Friedheim ist ein erkanntes Schulheim in der Gemeinde Burbikon im Zürcher Oberland. Normal begabte Kinder und Jugendliche der Mittel- und Oberstufe mit Verhaltens- und Lernschwierigkeiten erhalten eine individuelle Betreuung und Förderung in einer der drei Schulklassen und Wohngruppen. Stärkung der eigenen Persönlichkeit, die Hinführung zur Selbstständigkeit sowie die erfolgreiche Wiedereingliederung in die Familie, in die Regelschule oder in das Berufsleben sind die realistischen Ziele, welche die Schule Friedheim anstrebt und in über 95 Prozent auch erreicht. Erfahrene, kompetente und engagierte Mitarbeitende betreuen die Kinder und Jugendlichen auf dem Weg dorthin. Der Weg ist in diesem Fall oft auch das Ziel, beispielsweise indem den Lernenden die Möglichkeit gegeben wird, den Berufsalltag in der Praxis in externen Firmen und Betrieben zu lernen. Die dadurch vermittelten Erfolgserlebnisse tragen zur Motivation und zum späteren Erfolg im selbstständigen Leben bei. Verschiedene Kompetenzen werden aktiv und gezielt gefördert. In der Schule Friedheim wohnen die Kinder und Jugendlichen in Wohngruppen. Diese sind alters- und geschlechtsdurchmischt und bieten jeweils acht bis neun Wohnplätze. Die Wohngruppen werden von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen betreut und von je einer Teamleitung geleitet. Den Schülerinnen und Schülern in Friedheim werden Lernfelder angeboten, die nach professionellen sozialpädagogischen Gesichtspunkten gestaltet sind. Damit soll das Selbstwertgefühl gestärkt und die schrittweise Übernahme von Selbstverantwortung möglich werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017